Er ist tot. Achso. Schönen Headshot gedrückt. Achso, hab ich mich jetzt erschrocken, Alter. Der Dreckskörbis, Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Rennen wir hier hin. Geil. Alter, hab ich mich erschrocken. Alter, hab ich mich erschrocken. Oi 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 oi. Also was ist dann genau? Dann ist die Facecam immer so verrauscht. Die Facecam, okay. Also beides für sich ist okay. Sieht gut aus, mach ich dann in Premiere, in meinem Video schneid ich's und rennt ruhig. Dann ist es irgendwie kacke. Ey, hier ist der Boss drin. Ja, ich hol grad mal hin, weil's Oh, dass der Körb ist? Ja auch Irgendwas der Moodbox Den Hundezwinger mach ich jetzt aber nicht kaputt Nee Sollen sich andere dann Abkühlen Oh, ich hab auch einen Ey, was hat denn die Socken an? Ja Aber haben sie das jetzt endlich mal gepatcht, dass man Ich hab sonst nur die Socken gesehen und der Körper war unsichtbar Nö, ich war nicht schon so, ich seh die Richtig Die hat ja Socken an Geil Witzig Wenn sie noch mal rum Oh, ich hab ne Haftrunde gekommen Geil Geil Witzig 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 Na, du hast sie ja eh fast schon tot gehauen Mhm Ja, bei mir wird die wieder Verpackt angezeigt Achso Guck mal bitte Witzig 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 Hä, ich hab lieber auf der Treppe dort geschlagen Ja, aber die rennt ja manchmal Achso, ja stimmt Witzig Wie so ein Kockel ohne Kopf Ja, genau Schade, das sind Fische, ich dachte hier liegen Körbisse rum Aber einer sind das gelbe Fische Okay Gelbe Fische Mhm So grün Kelblich Irgendwie Ja, die sind schon Schlecht Die kann man nicht mehr essen Ja, die sind schon am Verwesen Auch die liegen hier am Salz, da soll eigentlich nichts passieren Was für eine Maus hast du ja angeholt Eine Razor Irgendwas, keine Ahnung Razor Goldener Morgen sind die, sind ja gar nicht zu weit weg Stimmt Da könnte man eventuell einen Besuch abstatten Ja Mit oder ohne packen die Besser mit Okay In der letzten Zeit wurde doch uns das immer dann geklaut Ja Und dann sind sie elendig weggesand Stimmt Hier ist keiner Schade Ich hab nämlich Tomahawk dabei und hätte mich so gefreut, wenn jetzt jemand gekommen wär Ja Hätte ich mal mein Glück versucht Auf den Wanst zu werfen Ja Na, gehen wir rüber Ja, runter Mhm Auch wenn wir hier direkten Ausgang hätten, aber Ach naja, wir wollen ein bisschen kämpfen Ja Oh, die warten auf uns Mhm Haben die einen Ausgang hier? Ne Siehste Guck grad mal Nein Einer ist anscheinlich hier vorne drinne Und der andere ist noch im Bossraum Ja Am Fenster Ja Der wirft auch was Ah, zu mir hier Hat sich erwischt? Ja Halt Ihn aber auch Der hat ein fettes Dynamitbindel überhört Einer ist grad runter gesprungen Einer ist grad runter gesprungen Fick dich nicht schon wieder hier hin Ey, willst du mich verarschen? Der kriegt zwei LeMatte Hits mit dem Mit der Schrot und der bleibt einfach stehen Der müsste kurz sein, der Typ Was? Nein Blutung stoffen, Blutung Ja Nein Sehr schön Achtung, der andere ist jetzt auch oben da wo du gelegen bist Zauber Zauber Ich glaub der geht zu seinem Partner, oder? Ah, da hinten Ne, das nicht Jetzt ist er so hoch Der ist direkt über Was? Oh nein Wer hatte den schon gerätzt? Das hat man gar nicht gehört Scheiße Ne Mist Kein Körbis da Und hinten auf der Rückseite auch nicht Warte ich gucken mal raus Hast du schon Hinweise eingesammelt? Ja, jetzt Ok Ne Ach doch, ne Körbisleiche Scheuche So Ich hab's wieder nicht hingekriegt Ich hab's wieder nicht hingekriegt Hatte keine Ausdauer mehr Ja Die war aber irgendwie hoch Fand ich Nein, was mach ich denn? Was denn? Daneben geschossen Warte Warte Ich hab Feuer Achso Jetzt sind ja nur zwei Alter, willst du mich verscheißern? Ey, Alter, war der aus Stahl gekossen, oder was? Alter, ohne Mist Ich hab den zweimal mit einem schweren Messer Mit einem schweren Angriff getroffen Der macht einfach weiter Dann nochmal mit einem leichten Angriff Er lebt einfach noch Dann hab ich mit einem Uppercut nochmal drauf geschossen Und der lebt einfach immer noch Ja, und dann haben wir es auch von mir noch eingekriegt Und dann war er tot Ja Ey, so scheiß Ey, das soll ja normal sein Ich hab auch nicht auf den Metall hing oder so Geil, hier sind wir die Kitte Und hier ist noch eine Vogelscheuche Sehr schön, geil Gredlich ernährt sich das Eichhorn Vom Kürbiskern Die anderen haben ihre Trophäe aufgehoben Die sind schon weg Achja, stimmt Checkt schon gar nichts Räumen wir mal hier den Saftladen auf Oh, hier unten schon einer mit einer Armbrust Und oben war Oben sitzt noch einer Scheiße Wie oben? Am Loch oder auf dem Dach? Auf dem Loch Äh, beim Loch Geh weg Oh, das war knapp, Alter Zum Glück steh ich nicht drin Die gehen jetzt da oben auf Oh, sind beide da Sehr schön Sauber Schön Headshot gedrückt Oh, ach so Oh, hab ich mich jetzt erschrocken, Alter Der Dreckskürbis Alter, hab ich mich jetzt erschrocken Ich dachte Armbrust Oh, ich muss mich heilen Ey, sind da noch welche? Ich kann grad nicht gucken Ich muss mich noch heilen Drück ich mir mal ne Spritze rein Tatsache Toll Ich dachte, das waren die Hätte ich jetzt auch gedacht Ich hab's schon noch nicht gepeilt, Alter Hier kannst du eine Seine Waffe aufheben Für die Mission Ja Wo ist denn jetzt? Aber geil, dass du direkt das Dynamit geworfen hast Mhm Wo liegt da andere Lappen? Reichen die erschossen, Alter Das ist ja auch hier Einer ist drüben in dem anderen Gebäude Da kommen welche Also hier oben irgendwo Die sind drüben in dem anderen, oder? Der Boss Ja Stimmt, ja Alter Hat mich der Zombie erschreckt Was liegt unten drin? Ich hab zwar noch Dynamit Blitterbombe Mhm Ich werd mal reingehen Also oben lang Ich lef den mal ne Splitterbombe rein Guck, schön, dass er aufgemacht hat Einen hab ich gehittet Mhm Auf meiner Höhe Mhm Warte, mach gemäß dich, lass mich ein bisschen anschleichen Ich hab einen auf Blech gehört Ich bin grad auf Blech gelaufen Achso Ja Die sind auf deiner Höhe, ja? Ne, doch nicht Ist unten drin Nein, ich hab ihn grad gesehen und wollte abtreppen Das gleiche Entdeckung gehen Ja Das gleiche Entdeckung gehen Ja Ich hab ihn 75 HP, Digga Jetzt mal hier vorne runter Und ihr ab? Ne, bis jetzt noch nicht Oh, einer guckt hier bei mir Mit seiner Crown King Hab ihn Hast du? Ja Ja Dein Partner ist auch hier bei mir Hat nen Hit? Einen Arsch? Ränder hier hin Geil Ach Alter, hab ich mich erschrocken Ich sauber Habe ich mich erschrocken Oh, ne Dolch hat der Aha Ich seh einfach nur sein mega langes Gewehr da rausgucken Ah, niemand in der Nähe Die Dolch gönne ich mir mal Hier liegt Mosen Da hebe ich mal Munition auf Ah herrlich, den hab ich nen Arsch geschossen, Alter Von oben Wo ist da? Wo liegt der Kerl? Oder die Trolla? Ah, hier Ich gucke mal Ja Nö, nicht zu sehen Hast du mir ne Leuchtfackel angeworfen? Ne, vor die Füße Ach so Das war auch ne schöne Runde Ja Schöne Schießereien dabei gewesen Ja Naja Naja Und irgendwie pechig schnackt mir im Dreck Mal du, mal ich Ja Es ist mal so, mal so Da fährst du in der einen Runde drei Kills Und ich glaube bloß einen unterstützt oder so Ja Aber dann gibt's auch manchmal noch Runden, wobei dann gar nicht Für Mhm Schade Es reicht nicht zum Collection Das war die Kommen Ja Schade nicht zum Schade nicht zum Schade nicht zum Untertitelung des ZDF, 2020